Musik Mein Name ist Johannes Beuthenheuss, ich bin 25 Jahre alt, bin seit Oktober in diesem Projekt und fahre im Grinder. Als Grinder bin ich dafür verantwortlich, dass wir in der Wende die Genua schnell von der einen zur anderen Seite wenden können und auf dem Vorwind fahre ich den Achterholer und trimme damit den Spinnaker. Als Grinder habe ich körperlich einen der schwersten Jobs an Bord. Um jedes Wochenende 100% geben zu können während des Trainings während Regatten, muss ich mindestens zwölfmal in der Woche trainieren. Als Fitnesscoach dieses Teams bin ich dafür zuständig, dass jeder 100% Leistung an seiner Position geben kann während Regatten und während Training. Um 100% Leistung geben zu können, müssen individuelle Trainingspläne erarbeitet werden, die dann im eigenen Training umgesetzt werden müssen. Ich erwarte von der neuen Crew, dass sie bereit sind und offen stehen, um neue Dinge zu lernen und auch wenn sie zu Hause sind, das Team nicht vergessen und an sich arbeiten. Das Highlight dieser Saison war für mich, als wir beim Welcomes Race einen Reach hatten, an dem wir 19,8 Knoten Spitzengeschwindigkeit erreicht haben und jede Welle ausgepumpt und jeder einfach nur tierisch viel Spaß hatte. Was ich an diesem Team so sehr schätze, ist, dass wir in schwierigen Situationen als Team zusammenhalten und Situationen mit Köpfchen versuchen zu lösen. Als ihr wollt, wie stark ihr seid, kommt dann nach der Zichting 2014. Als ihr wollt, wie stark ihr seid, kommt dann nach der Zichting 2014. Als ihr wollt, wie stark ihr seid, kommt dann nach der Zichting 2014. Als ihr wollt, wie stark ihr seid, kommt dann nach der Zichting 2014. Untertitelung des ZDF, 2020